Das Pistenangebot der Galalifte wurde durch eine neue Erlebnispiste namens Fantastic Slope erweitert. Das bedeutet noch größer, noch höher, noch mehr Action und Spaß. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Am Freitag, dem 24. Februar, wurde von der Innovationsregion Murtal und Galalifte zur Präsentation und Besichtigung des umgesetzten Liederprojektes Fantastic Slope eingeladen. Wir haben uns überlegt, wie man das klassische Waldwegerl fahren, das es früher mit den mehr Naturschneetagen gegeben hat, ein bisschen vom ersten Tag des Saisonstarts bis zum letzten Tag der Saison gewährleisten kann. Das Ganze muss natürlich gleichwertig lustig sein, es muss auch sicher sein, es soll ja auch das Ganze optisch ein bisschen ansprechend wirken. Und da haben wir eben mit solchen Elementen gearbeitet. Wir haben da große Steilkurven gebaut, wir haben ein Riesenxylophon, wo die Kinder mit den Skis stecken, können ihre Töne spielen. Wir haben Tunneldurchfahrten, wir haben Kreisel, wir haben Schanzen, wir haben interaktive Elemente, wo man mit dem Ski drüber fährt, kommt da ein Sound raus. Und das Ganze macht eben an Skitag zu einem besonderen Erlebnis. Mit der Fantastic Slope steht nun für alle Altersklassen ein cooles und modernes Pistenangebot zur Verfügung, wodurch die Region und das regionale Angebot gestärkt wurden. Bei der Planung und Umsetzung wurde besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. So kann mit der Beschneiungstechnik der neuesten Generation 20 Prozent an Energie eingespart werden. Durch dieses Projekt, das von der Liederregion Innovationsregion Murtal begleitet wurde, wird das Freizeitangebot unserer Regionsbürger wesentlich erweitert. Es ist möglich, hier mit Mitteln aus der EU, dem Bund und dem Land Steiermark in eine Investition für die Zukunft zu investieren, eine Investition für die Zukunft zu tätigen, wo wir die Galer-Lifte in der Attraktivität unterstützen, aber auch in der Ausrichtung, was es die technische Ausstattung anbelangt. Ein Projekt für die Zukunft, für einen kleinen Liftbetrieb, wo unsere jungen Bürgerinnen und Bürger auf das Skifahren vor der Haustüre erlernen können. Die neue Fantastic Slope ist seit 3. Dezember 2022 geöffnet und begeistert Skifahrer und Snowboarder, die dadurch mehr Zeit auf der Piste verbringen.